Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem Let's Play Adventure War 4 auf der Playstation 4. Das ist ja meine erste Runde heute und wir schauen einfach mal was so abgeht. Ich muss auch in Klaren lieber noch eine Liete wechseln, aber ich glaube das ist kein Problem. Suchen und Zerstören spielen wir heute mal. Ich würde einfach mal gucken wie das so ist. Ich habe vorhin auch schon Grand Theft Auto 5 gespielt online und ja wie erwartet natürlich der Online Modus ist grafisch natürlich nicht so überragend wie der Single Player. Weil der Single Player natürlich grafisch immer besser ist, viel besser ist finde ich und ich sehe schon Advanced Warfare hat natürlich auch seine Schwäche. Ja, grafisch ist das natürlich jetzt nicht der Bringer, aber man kann hier glaube ich auch springen und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Das hört sich gut an, der Waffensau ein bisschen heiß hier. Oh, da haben wir noch ein Einsatzstückchen. Oh, das klingt, also ich sag gar nicht oft, dass was gut klingt, aber das klingt nicht schlecht. YouTube Gamescom, Alter, das geht. Du bist mein erster Kill, herzlich willkommen. Max.Pong12, mein erster Kill in Call of Duty Adventure Warfare. Hammer. So, was ist das da oben? Ein Ufo oder was? Ich bin wirklich grundlos begeistert von, äh ne, falscher Spruch, ähm. Ich bin wirklich absolut begeistert von der PS4, ist ein absolut geile Sache, äh, wie schon gesagt, ja, Multiplayer immer ein bisschen trafisch nach unten geschraubt worden. Ähm, ist aber auch ganz gut, muss ich sagen. Performance läuft. Kugeln kommen raus. Wunderbar, Schild. Sieht auf jeden Fall besser aus, als auf der Playstation 4. Muss man ganz mal, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und der Sound, der haut doch ordentlich rein hier. Habe mich erst mit dem PS4-Headset gar nicht verstanden, aber es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. So, wir spielen hier, suchen und zerstören, ich merke es gerade, ich mache hier wieder Fulltip, ist ja eigentlich nur ein Letztest heute mal, um hier mal die Funktion zu testen. Bin ganz neu im Spiel, da muss ich mich reinfinden. Oh ja, muss ich mal gucken. Haut auf jeden Fall rein, Leute, bis zum nächsten Mal, euch ist es, kommt auf der Playstation 3, auf der Playstation 4. Ciao. Suchen und zerstören. So, was muss ich jetzt machen? Genau, ciao.